Heute spielen wir die ultimative Looping-Map. Dort haben wir nämlich viele verschiedene Loopings und wir müssen gucken, welches Auto bis zum letzten Looping kommen kann. Schaut mit mir ein bisschen, meine Leute, weil das wollt ihr auf gar keinen Fall verpassen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bist du bereit, Mückern, für die Regenbogen-Looping-Map? Zeig mal, der Grandin-Behikel. Regenbogen. Was ist denn das? Highline oder was ist das? Das ist ein GT. Guck dir mal das hier an, Alter. Jetzt habe ich ein richtig langes Auto auch noch. Was soll ich denn damit machen? Ich sitze auf der falschen Seite. Einen Moment, ich muss... So, Achtung. Hä? Alter. Alter, mein Auto... Mein Auto ist gerade im... Hä? Man muss Fairness halber schon sagen, man muss den Looping clean schaffen, sauber schaffen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss man den sauber schaffen. Ich glaube, mein Auto ist einfach viel zu lang. Guck mal. Mein Auto ist zu lang. Ich schaffe es nicht mehr mit dem ersten mit dem Ding. Neues Auto. Hier gibt es keine Checkpoints. Ey, verdammt, Freunde. Okay, wir nehmen ein neues Auto. Run in the week und ich kriege. Einen krassen Banshee. Und mit dem Wagen, Leute, sollten wir auf jeden Fall hier ein Looping schaffen. So, guck hier. Let's go. Also, dann geht es weiter hier. Zwei. Und... Ich komm. Guck mal. Der zweite auch geschafft hier. Nummer drei. Wir können ja machen, wer am Ende am meisten Punkte hat gewinnt. Ja, genau, genau. Also, so wird es auf jeden Fall auch sein. So, guck mal. Ich bin schon bei vier. Aber heute immer abgebremst ist das Problem, ne? Das heißt, beim Abbremsen... Uuuuuh. Uuuuuh. Ne, Nummer fünf jetzt gerade geschafft. Okay, jetzt haben wir Nummer sechs. Also, jetzt wird es auf jeden Fall das Handball kann. Weil jetzt... Sind die Looping schon sehr, sehr, sehr... Oh Gott, knapp, ne? Oh, oh, sehr, sehr groß. Okay. Nummer sieben. Das ist ja das Ding, wenn man jetzt zum Beispiel hier nicht dingsen würde. Komm schon. Fahr ran hier. Oh mein Gott, ich schaff's auch noch mit dem Ding. Ich bin rausgeflogen, ich hab's nicht geschafft. Nein. Okay, ich bin jetzt... Ich hab Nummer sieben auch geschafft. Es fehlen nur noch... Alter, das würde ich niemals schaffen. Ich bin's schaffen. Das wird niemals was. Komm schon. Äh. Nein, Alter. Ich fall hier runter mit dem Ding, Leute. Ich bin noch dabei. Bei sieben. Okay, also... Also, das wurde auf jeden Fall jetzt gerade nichts bei mir. Du hast sieben nicht geschafft, oder was? Ich hab acht nicht geschafft. Also, ich bin nur bis acht gekommen. Oh nein, ich hätte bei acht auch unterfallen. Also, sieben war schon knapp, knapp. Okay. Alter, bist du noch mit dem Ding, oder was? Ja, ja, ja. Ich hab nur einmal nicht geschafft gehabt. Okay, dann zeig mal hier. Oh nein. Ich seh schon. Alter, was? Nein. Oh mein Gott, so knapp. Du hast du Auge gemacht. So knapp, Bro. Ja, das ist Peter war nicht in Zeit geschummelt. Okay. Dann geht's weiter mit einem weiteren Fahrzeug. Und, Alter, ich weiß nicht, wie es ist. Wir brauchen jetzt hier ein richtig krasses... Wir brauchen schnelle Autos. Ja, ja, so richtig so ein OP... Alter, ich krieg hier ein Boot, ey. Sehr stark. Okay, das. Okay, könnte... Ich glaub, das ist schnell. Oh, meine auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Tut mir leid. Bro, was ist meine Zeug? Hey. So. Alter, ohne Witz. Ohne Witz. Das kriegst du zurück, Murkhan. Geh los weg. So. Zack. Boah, das könnte der erste Punkt für mich sein. Ich hätt' immer halt gestoppt. Nein, nein, ich glaub' ich krieg den Punkt. Ja, man wird immer ein bisschen gesloten, ne? Also... Ja, man wird immer sehr gedingenst. So, komm. Ich krieg jetzt hier auf jeden Fall den Punkt hin, Leute. So. Hier. Oh. Okay, komm, schon weiter geht's jetzt hier. Wo bist du denn, du lahme Schnecke? Und... Hallo, ich... Ja, zeig' mal, was du drauf hast bei der 6. Easy. 6 ist eigentlich gar nicht das Problem. Ist das so? Wo bist du? Oh, du schaffst das auch. 7. Alter, ohne Witz. Es ist jetzt gut, wenn wir das jetzt schaffen, Leute. Okay, komm schon. Numero 7. Und... Oh, jetzt komm ich auf. Easy. Bin ich bei 8. Easy, easy. Okay, ich bin auch bei 8. Oh, und schaffst du's? Ja, aber ich glaub, ich hab'n OP-Wagen. Genauso wie du. Ich glaub, deiner wird's auch. Ich hab's geschafft, ja. Oh mein Gott, als ob du 8 geschafft hast. Okay, 8 war jetzt schon ein bisschen knapp. Was? Also 8 war schon ein bisschen knapp, muss ich sagen. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Aber so weit... Alter, was? Knapp. Was? Krass, krass, krass. Jetzt komm schon. Bro, 10 ist ne goldene... Nein, nein. Guck mir zu. Okay, zeig. Da bist du, ich seh dich. Alter, das ist so ein goldene Looping. Schaffst du's? Niemals. Was? Wie soll man das schaffen? Bro, ich glaub, ey... Alter, hast du denn für ein Fahrzeug gehabt? In E8, so ein Gelände, E8. Das krasse ist, ich glaub, da schaffst du so nur mit Hulk. Nein, man kann ja auch Dings, man kann ja auch boosten. Das ist krass gewesen. Also ich bin bis 10 gekommen gerade mit meinem Fahrzeug und ich glaube, dass wir beim nächsten Fahrzeug noch viel, viel mehr Glück haben werden. Hä, du bist bis 10 gekommen? Ich bin bis 10 gekommen. Bis 9 bist du gekommen. Stimmt, bis 9. Ich war heute 10. Okay, ich hab kurz ein Looping übersprungen. Kein Problem. Alter, das Fahrzeug ist voll schnell. Ich hab hier irgendwie so ein Dreirad oder so, Leute. Ich bin bei zwei rausgeflogen. Ich guck jetzt, ob du ihn schaffst. Äh, warte. Hey! Guck mal, ich hab einen kleinen Drachen. So, jetzt hier. Aber du hast so ein Auto, ich glaub, dein Auto ist zu klein, ne? Oder? Wieso zu klein? Mein Auto ist groß genug. Guck doch mal, wie das hier abgeht. Ja, das ist aber ein sehr langsames Auto. So. Nein, das ist voll schnell. Guck mal, ich schaff's. Ich sag, wie ich schaff's. Du bist ja fast komplett abgebremst. Ich schaff's bis 10. Ja, ich weiß. Komplett leider. Ja, komplett abgebremst leider. Echt, würde das nicht sein? Würde das, glaub ich, echt funktionieren? Oh. Ey, würde ich nicht immer abgebremst werden. Ich muss mir jedes Mal neue Geschwindigkeit holen. Ich seh's gerade. Komm schon, 9. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Ja, Bro, niemals. Ich hab's grad schon gesehen. Also, 10, äh. Bro, 10 ist einfach doppelt so groß, ne? Ja. Komm schon. Nee, schon. Komm schon. Was? Ja. Bro, nein. Ja, der Drache. Du hast geschmelt. Und der allererste Punkt geht an mich, Kollege, ne? Verdient, verdient. Tja, haben wir können. Also, das war, Alter, was? Hab ich denn die Lupe geschafft, ne? Hab ich denn das geschafft? Boah, mit so einem kleinen. Ja. Der sieht ja richtig verrückt aus. Okay, dann reingeht's ins nächste Fahrzeug. Und, uh. Ich krieg hier so ein Muscle Car. Gut, okay, ich glaub mit dem Bus, äh. Brauchst du es? Ja, okay. Hallo? Also, ich überspring mal die 1. So. Die 2. Hallo, hallo, hallo. Warum überspringst du die 1? Ja, die 1 schaff ich ja easy hier. Äh, werden die nicht diese, diese, diese Dings-Teile sind voll nervig. Diese langsam machen Teile. Ja, die gehören dazu. Ansonsten kann, ansonsten kann, ansonsten wäre das ehrlich zu 1. Nein. Okay, warte, ich fahre jetzt hier auf die 7, Leute. So, Vollspeed. Und, schaffe ich die 7? Ja, ich schaffe auch die 7. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott, ich überspring jetzt einfach. Oh, verdammt. Okay, also mit dem Fahrzeug, äh. Bin ich, glaube ich, wieder zu 7 gekommen. Ich glaube, die 8 ist gleich noch drin, aber auf jeden Fall die 7. Äh. So. Gucken wir doch mal, was wir als nächstes bekommen. Ich glaube auf jeden Fall, du wirst mich nicht mehr schlagen, Burkhana. Du wirst nämlich noch... Oh Gott. Ähm. Ähm. Ich glaube nicht, dass du damit mich schlagen wirst. Nee, ja, das war auch ein bisschen. So, guck mal hier. Dann. Looping. Wo? Äh. Immer diese Bremsteile, die sind voll nervig. Leon, ich dreh durch hier, ne? Was hast du denn für schlechte Fahrzeuge? Ich hab mich jetzt 2 Runs gemacht, weil ich immer einen Bus bekomme. Jetzt hab ich ein Baustellenauto. Jetzt hab ich eins. Okay, warte. Warte, ich komm kurz mit. Ich guck mal, was hast du denn? So. Ja, guck dir mal am Spawn, was ich alles bekommen hab. Oh mein Gott, ich krieg ja so einen richtig krassen Audi oder so. Okay, ich komme. Hast du es wieder nicht geschafft? Ui. Ne, mit dem Fahrzeug, was ich hatte nicht. So, 2. Hier kann ich überspringen. So, ich geh mal zu 5 hier hin. Der wird auf jeden Fall auch die 5 schaffen. So, ah. Perfekt, Möckern. Perfekt. Okay, also Nummer 5. Ich hab einen schnellen Audi, aber der bremst mich leider komplett runter, Leute. Ey, das eine Auto von dir fliegt. Alter. Ich weiß. Ich weiß, das hat Skills. Alter, ich werd komplett runtergebremst, ne? Wenn das nicht... Jetzt grad... Guck mal, jetzt hab ich wahrscheinlich die 7 nicht mehr, Leute. Weil ich komplett runtergebremst wurde. Also mit Motorrad... Du brauchst mit Motorrad gar nicht reingehen, ne? Ich weiß, ich weiß. Okay, ich bin schon wieder bei der 8, ne? Ich bin jetzt wieder bei der 8, Leute. Und die 8 ist... Ich... Nein. Oh mein Gott, ich schaff auf mit der 8. Ich hab auch die 8 geschafft. Hast du bei mir irgendwelche Troll-Einstellungen gemacht? Ja, ich hab eingestellt, dass du nur Fahrzeuge bekommst, die auf deinem Skill sind. Ich hab aber 3 Motorräder bekommen! Alter, ich schaff auch die 9. Ich hab auch die 9 geschafft, Möckern. Ja, ich hol mir jetzt einen Punkt. Niemals. Ich hol mir jetzt einen Punkt. Okay, ich bin jetzt bei der 10. Bei der goldenen Looping-Rampe, Leute. Das schaffst du doch eh nicht. Und jetzt bitte. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Jawohl! Als ob du den zweiten Punkt... Jawohl, Leute! Und hier! Das zweite Fahrzeug steht jetzt hier schon bereit. Und äh... Ich will dir nichts sagen, wer treten wir kann, ne? Aber... Ja, ja. Sieht sehr schlecht aus für dich. Mit welchem Fahrzeug würdest du schaffen? Ja, ich... Das gibt es nicht. Du bist doch wohl rausgeflogen mit dem Ding, ne? Das gibt es nicht. Also... Hat dir nicht so gut geklappt? Guck dir am Spawn an. Guck dir meine Motorräder an, links. Guck dir meine Motorrädsammlung an. Nein, nein! Nein! Ey! Ey, unkorrekt! Ja, ich hab mich... Guck mal... So, warte. Hui! Also, ich will nicht sagen, oder so, ne? Ich hab aber hier grad Flash-Auto. Und ich glaube, ich kann einfach kurz vorfahren. Bis Nummer 10. Ich wollte grad sagen, du kannst vorfahren. Und dir ist schon klar, was passiert, wenn man drei Dinge richtig hat. Also, drei, wenn du dann nassst. Ja, leider, ja. Okay, warte, ich muss einfach hier reingehen, so. Tut jetzt wie immer ein Bankkonto. So, okay, kurz hier abgepresst werden. Und jetzt! Jetzt geht's ab, Leute! Wuhu! Easy! Also, ich muss auch sagen, ich hatte heute extrem viel Glück. Guck dir mein Auto an. Ich bin jetzt grad bei der 6. Guck dir nochmal zum Abfluss. Guck dir bitte mein Auto an. Okay, warte. So, ich guck mal. Ich habe nur Motorräder und so eine Autos bekommen. Bei der 7 bist du? Ja. Da muss ich aber ganz weit nach hinten gehen. Guck dir das an. Wo denn? Geh hin. Was bekomme ich? Was ist das? Ist doch gut, ist doch gut. Nein, nicht. Unglaublich. Damit habe ich das Looping-Rennen gewonnen. Wirkan, komm da raus. Ich gehe die Treppen hoch. Ey, mach das nicht, denn heute haben wir was vor, Leute. Wir müssen nämlich probieren heute mit den krassesten Autos über diese schweren Treppen rüber zu kommen. Und da haben wir auf jeden Fall echt was extrem krasses vor uns, Leute. Einen richtig heftigen Parcours. Und wer es heute schafft, diesen Parcours als erster zu besiegen, bekommt einfach heute, wenn du durch Ziel fährst, 100 Euro. Zeig mir mal, dein allererstes Random-Vehicle-Werkern. Äh, wo bist du? Hier? Jo, was ist denn das für ein Ding? Ich weiß es nicht. Okay, ich habe auch, Alter. Ich habe auch ein krasses Muscle-Car, eine Muscle-Car-Battle hier. Mustern gegen Kamaro. Hau rein! Und Level 1 haben wir schon mal geschafft. Uh. Ähm. Äh. Ich glaube nicht, dass du da durchkommst oder so. Kann das angehen? Man kann die Steine kaputt machen. Wir dürfen nicht so oft fail versuchen. Man kann die Steine kaputt machen? Ja, ja, ja. Das ist nicht gut, wenn wir oft failen. Ich sehe es gerade. Okay, also die Fahrzeuge waren es schon mal nicht. Äh. Okay, also dann spawnen wir mal die nächsten Fahrzeuge rein. Du fängst an. Hey, was ist denn das für ein Ding, Leute? Äh, hast du das Auto von deinem Papa geklaut? Ja, anscheinend schon, ja. Anscheinend, Alter. Hast du das Auto von deinem verrückten Onkel Tio geklaut? Ja, sag das. Hä? Ich dachte, ich komme damit hoch. Als ob du jetzt nicht hochkommst mit dem Ding. Ich hätte es auch gedacht. Oh. Okay, zeig mal, wo. Nee, und rückwärts? Kannst du rückwärts hoch? Ich gucke mal. Das wäre verrückt, wenn es damit auch nicht geht. Okay. Monster Truck brauchen wir anscheinend. Oder vielleicht sowas. Was glaubst du, dass du da nicht? Ey. Du hast vorne deine Stuhlstange verloren, glaube ich. Ja, und meine Scheiben sind kaputt gegangen. Aber ich komme ja auch nicht hoch mit dem Ding. Also es ist leider auch sehr... Die erste Treppe ist hier die schwerste. Ist meistens so bei den Maps, Leute. Die ersten Sachen sind immer die schwersten. Ah. Tu mir lau. Okay, Lambo. Glaubst du, mit dem Lambo können was werden? Ich glaube nicht, ne? Oh. Der muss auch runter. Du hast ein Motorrad bekommen. Alter. Das ist ein Rino. Okay. Gut, mit dem Truck brauchst du es gar nicht erst probieren. Dann zeig mal, wie du mit dem Motorrad hochkommst. Äh. Ähm. Kommst du auch noch hoch? Oder... Irgendwie geht es nicht mit dem Motorrad. Du willst nicht hochkommen? Es geht nicht. Wieso fährst du nicht hoch, Mirkan? Wo bist du? Ich bin... Äh. Okay, warte. Ich spaw auch ein neues Fahrzeug. Ich dachte, du schaffst das mit dem Motorrad. Nein. Das ist mir nicht aufgehört. Das ist mir nicht aufgehört. Okay, also die ganzen Fahrzeuge, die ich hier gerade bekomme, mit den Schaffeln das ist leider auch nicht. Uh. Uh. Ich hätte was. Ich hätte was. Aus dem Weg, Kollege. Bro. Äh. Hä? Oh nein. Nein. Bro, ist das schwieriger als ich dachte. Wirklich. Ey, ich rutsche runter. Also diese Steine, weil die kaputt gehen. Rutsche mal durch die Steine. Ja, und sie macht alle kaputt, Leon. Stark. Sehr stark von dir. Tut mir leid, tut mir leid. Okay, das heißt, ich brauche jetzt hier ein richtig cooles Fahrzeug, glaube ich. Irgendwie so ein... Okay, jetzt ein AMG. Ey. AMG heißt, geh auf Seite. Ja, ja, okay, ich habe ein G-Clusterrad bekommen. Mal gucken, vielleicht wird es ja damit was werden. Ich habe noch einmal Vorrat. Alter, wieso kriegst du jetzt die ganzen Motorräder? Oh mein Gott. Mit dem geht es. Also damit soll das ja klappen, ne? Kommst du hoch? Äh. Vorsichtig. Was machst du denn? Wo fährst du denn runter? Einfach. Ist doch unglaublich, Möker. Wo fährst du denn einfach runter? Das gibt es nicht. Ich muss hier... Warte mal, ich muss hier... Wenn ich damit einmal es irgendwie schaffe, oben rauf zu kommen... Ey, nochmal Motorrad. Ey, das darf nicht wahr sein. Wieso kriegst du die ganzen Motorräder? Aber es geht mit... Oh. Oh mein Gott, ich bin... Okay, warte. Warte, 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 warte. Führ oben rauf. Ich schaffe es. Ich schaffe... Oh, oh, oh. Alter, das ist so schwierig. Okay, Leute. Ich habe es geschafft mit dem AMG. GT... Alter, das ist ganz krasser, Leute. Level 2. So. Kann es herkommen? Ich habe es auch gerade geschafft. Real Talk. Mit dem Motorrad. Alter, was? Okay, das ist krass. Vorsicht! Hörn! Hörn! Vorsicht! Oh. Alter. So, aus dem Weg. Ich habe ja ein getunedes Feuerwehrauto. Oh. Ey. So, ich würde einmal gerne mit meinem Duster durch, was ich auch habe. Was ist das? Äh. Ah, okay, perfekt. Danke. So, dann können wir ja durchfahren. Oh mein Gott. Stopp! Oh mein Gott, hätte ich das gewusst. Brems, 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 brems. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich habe es auch nicht gewusst, ne? Die haben uns einfach voll gepraint gemacht, wir müssen ja anscheinend rückwärts runterfahren, oder was? Ja. Okay, komm. Dann, Alter, du hast ein Badmobie, du kannst hier richtig rüber fliegen direkt. Nein. Wenn du gut wärst, ne? Wenn du gut wärst. Ja, ich wollte gerade sagen. So, und jetzt kurz einmal So, alles klar Rückwärts, Leute Kein Problem, schaffen wir, ne? Wir sind ja keine Amateure Richtig, wir heißen ja nicht Leon Oh mein Gott, das war gerade so knapp Kein Problem Ich glaube, jetzt kann man wieder entspannt fahren Jawohl Jawohl Let's go Okay, Level Nummer 3 Ja, da geht es eh nur geradeaus Schaffst du es? Oh mein Gott, ich hab's gerade gesehen Was machst du denn da? Ich komm Alter, da boostet er, ne? Okay Du hast gerade mein Fahrzeug runtergeschubst Damit wäre es auf jeden Fall, glaube ich, eh nicht gegangen Zeig dein random Vehicle Und ich kriege Hallo? Ähm Ja, oh Gott Äh Welches Auto oder Ah, oh mein Gott, wir brauchen ein Motorrad Ja Aber ich hab ein Motorradglück schon aufgebraucht, glaube ich Ja, du hast tausend Äh Äh Warum springst du denn runter? Also echt Ich brauche jetzt mal ein Motorrad Ich hab Ähm Kein Motorrad bekommen Also damit wird es im Fall nicht so Nicht was werden Oh Oh mein Gott Oh mein Äh Alles gut Du hast das krasseste Auto im Spiel, ne? Kann das auch Releas machen? Nein, kann's nicht Also was bringen mir jetzt das krasseste Auto im Spiel? Gar nix Wenn ich nicht mal dingsen kann Alter, guck mal Ich kann alles runterhauen hier mit dem Ding Boah, ich hab mich krönig weg Denkst du dich grad so machen? Oh nein Warte Hey Hä? Ja, das ist doch selber schuld Dass du da runtergefahren bist jetzt Lüge, Lüge Das gibt ne Rüge Warte, ich glaube ich muss nur den richtigen Winkel finden Dann kann ich hier so mäßig Aha Ah Oh mein Gott Hook Alter Ich hab Krass eine Taktik Ich komm einfach hoch Ich kann rückwärts hochfahren Ja, aber guck mal wie steil das später wird, ne? Ah, verdammt Du hast recht Okay, ich komm auch nicht mehr hoch jetzt gerade Selbst mit dem Wurgeltrick Ey, das wäre es auf jeden Fall gewesen Aber es wäre richtig cool gewesen Also dafür Oh Bro Sorry Sorry Okay Dafür brauchen wir ein Motorrad, ja Brauchen wir echt ein Motorrad Also Selbst Mach dich kaputt Oh Was hast du denn da? Nein Ich mach jetzt einfach mal den Leon in dieser Folge So Rausspringen Mit Jetpack Alter, er springt raus Der wird Teilschirm Ey Bro Leon Ja, ich hab's geschafft Oh, 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 oh Hab's geschafft, ey Okay Ab geht's zum nächsten Level dann, Leute Ey, unglaublich Wie du mich trollen wolltest Böyle Ja, komm mit dem Bullen Oh Don Oh Nein Oh Mein Gott Ich wurde so weggeschossen einfach Ich wurde gerade so Weggeschleudert, Leute Was war denn hier los? Du hast richtig gut Timing, ne? Sehe ich gerade Ja, gutes Timing. So, Mercedes-Brabus. Guck dir mal zu, ne? Oh, verdammt. Wie? Das ist gut. Alter, bist du am Fliegen oder was? Nein, Quatsch. Oh, pass auf, pass auf. Das glaube ich. Leon. Alter, hör auf damit. Pass auf. Fahr doch jetzt mal. Ey. Ey, so unkorrekt, ne? So unkorrekt. Ich weiß nicht, was du meinst. Alter, kann einfach fliegen, ne? Ich fuhr getroffen. Du bist getroffen. Aber ich bin wieder da. Wo bist denn du? Ähm. Ey. Ich fahr endlich rein. Äh. Ist das ein Superman-Jet? Ein Ironman. Ironman-Jet. Ironman-Jet. Ey. Ey. Aber das Ding, alter. Das Ding kann aber anscheinend nicht schießen. Also hast du noch mal Glück gehabt, ne? So. Hui. Okay. Oh. Alter, oh verdammt. Äh, das könnte jetzt ein bisschen im Weg stehen. Ist das nicht dein Ernst? Mehr oder weniger. Okay, wir müssen es einmal, glaube ich, zur Seite schieben. Ich auch mal ran im Weg. Wir kommen schon, Leute. Ja, sehr gut. Alter, wie soll man denn jetzt da hochkommen? Bro, das ist doch... Äh. Oh Gott, das ist so knapp. Ey, du bist so ein 31er. Also jetzt brauchen wir entweder, brauchen wir jetzt hier ein richtig krasses Fahrzeug. Also in einem Auto wird das schon mal nichts werden. So wie es ist, da kannst du... Äh? Hä? Da kannst du ganz viele Autos hier spawnen. Das wird da auf jeden Fall nichts werden. Dann brauche ich auf jeden Fall ein Motorrad oder sowas. Und die Frage ist halt, wer kriegt zuerst ein Motorrad oder ein fliegendes? Oh, mach's gut, Mökan. Ey, ist es nicht... Ist es das Spider-Man? Oh. Also du kannst auch fliegen, oder was? Oh. Nein. Hey. Hey, wie unkorrekt. Oh mein Gott. Nein. Ich kann nicht landen. Ja. Wie lande ich damit? Nein, mein Game ist abgespielt. Nein, 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 nein. Ja. Das ist krass. Und ich bin im Ziel, Freunde. So sieht's nämlich aus. Mökan, schau mal, wir sind bei der 1-Dollar-U-Turn-Rampe. Alter, guck mal, wie schief die ist. Wir haben hier auf jeden Fall extrem schwierige U-Turn-Rampe, über die wir rüberkommen müssen. Und heute fangen wir an mit der 1-Dollar-Rampe. Und wir gehen rüber bis zur 1.000-Dollar-Rampe. Die hat mich einfach 1.000 Euro gekostet. Okay, dann zeig mal. Dein erstes Random Vehicle. Hä? Hä? Oh Gott. Und ich krieg... Guck mal. Ich krieg hier so einen kleinen Nissan. Was ist das denn? Das ist richtig... Oh, ich krieg ein GTA-Auto. Das ist ein richtig langweiliges GTA-Auto. Jo, Alter, fahr vorsichtig. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier musst du jetzt umdrehen, um in die nächste Rampe reinzufahren. Ich hab's schon gesehen. Tschüss. Ah, ha. So ein Ding also. Ha. Vorsichtig, ne? Fahr mal vorsichtig. Ja. So. Oh, Alter. Ich bin hier... Ah, du mein Lieber, vorsichtig. Ich bin vor dir im U-Turn-Ziel. Ich sag's, was ist das? Warte mal, sind wir richtig? Oh Gott. Wir müssen jetzt hier rechts, glaub ich. Hier rechts müssen wir langen. So. Ha, ha, ha. Mal... Äh. Das ist unfair. Ähm. Ich will nichts sagen oder so, ne? Aber... Du bist nicht zu... Du bist... Wir sind nicht falsch wegen dir. Wir sind falsch... Da hinten ist das Ziel. Nein. Ey, Mann. Ey, verdammte Angst. Ey, uoh. Aussteigen, aussteigen. Tschüss. Okay, dann. Gehen wir rein ins nächste Renewieke, weil anscheinend war das leider... Ja, was Falsches. Und ich hab ein Weihnachtsauto. Du kriegst heute hier die Special-Autos, ne? Und es ist schon wieder so ein schnelles Ding. Was kriegst du? Oh. Oh Gott, schnell. Mach's gut. Ja, nicht, dass ich mit meiner Harley hinterherkomme. Stimmt. Ja, ja, das kann dann gut sein. Oh, Flaglich. Hä? Ich flieg hin. Oh, leer. Ah, ha. Ja. Wo bist du? Hä? Bist du irgendwo runtergefallen oder wo stehst du? Nein, Quatsch. Ich bin hinten. Nee. So, bitte, bitte, bitte. Und? Oh. Nein. Und hier ist der erste Punkt für mich durch die U-Turn-Rampe. Oh mein Gott. Ach so, geschummelt. Ich stehe sogar da, bitte. Kein Problem. Gehen wir jetzt zur nächsten. Und zwar zur 10-Dollar-Rampe. Wir haben jetzt diesmal die 10-Dollar-U-Turn-Rampe, Leute. Und hier könnt ihr sehen, mit ein paar Hindernissen auf jeden Fall diesmal. Mit sogar so krassen Windrädern. Und hier unten muss man, glaube ich, sogar irgendwie probieren, glaube ich, diese Rampe. Ah, ne, hier geht's weiter sogar. Oha. Und hier ist das Ziel erst. Also, das können auf jeden Fall interessant werden, Freunde. Und der nächste Punkt geht auf jeden Fall dann hier wieder an den Gewinner. So. Random Vehicle. Tschüss. Komm, wir sehen. Dieser bin ich schneller. Niemals. Du wirst sowas von aufgehalten. Von den Windrädern. Ich sehe es jetzt schon. Und? Schnell. Oh mein Gott, war das knapp. Was? Aua, ich wurde voll getroffen. Ich wurde voll getroffen. Nein, ich auch. Nein, ich auch. Ey, nein. Hast du das erste Mal gelogen? Ich bin gerade bei den anderen vorbeigeflogen. Oh Gott. Damit hole ich mir auf jeden Fall den Punkt hier. Oh mein Gott. Nein. Ja? Womit? Was? Was? Alter, wie weit fliegt der Fußball, bitteschön. So, außen. Oh nein. Außenweg. Oh Gott. Okay. Oh oh. Alter. Jawohl. Oh nein. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh. Nein. Das darf nicht wahr sein. Ich bin gerade so vorbeigeflogen. Oh. Oh Gott. Wo muss ich jetzt hin? Du musst nach links fahren. Nach links. Du musst hier runter. Hä? Und dann? Hä? Da musst du... Wow. Er schafft es einfach. Unglaublich. Cool. Und Ziel. Und Ziel. Damit steht es eins zu eins, Leute, der Punktstand. Und gehen wir rein in die nächste. Und zwar die 100 Dollar Rampe. Wir sind angekommen, Leute, bei der 100 Dollar Rampe. Und hier haben wir einen richtig schwierigen Parcours vor uns. Guck mal, hier ist das Ganze auch unter Wasser, Leute. Hier sind wieder Windräder am Start. Hier muss man irgendwie auch wieder das Wasser überleben. Keine Ahnung, wie. Durch Speedboost oder so. Um dann hier sogar noch um die Kurve zu fahren mit einem Walride. Und dann noch hier ein Rückwärtslooping zu machen. Um hier oben sogar... Alter, ich sehe es sogar mit diesen Teilen, Leute. Um hier ins Ziel zu kommen. Also auf jeden Fall viel, viel schwieriger als vorher. Du hast auf jeden Fall das richtig gute Auto bekommen. Ich würde gerne mit dem Boot fahren. Ja, und du hast das richtig gut im Boot bekommen. Komm, ich habe hier ein Burgershot-Auto. So, dann let's go. Wir werden wahrscheinlich jetzt eh hier am Wasser runtergehen, weil unsere Fahrzeuge... Aber guck mal, checkst du aus eigentlich, dass ich... Hä? Was? Okay, ähm... Ich glaube, wir müssen von hier anfangen. Von hier vorne. Ich glaube auch, das macht kein Auto mit, ne? Oh Gott, ich kriege eine Straßenbahn in pink. Okay, wenn ein Vehicle... So, Vorsicht, Fahrschule. Ja. Sorry. Okay. Ich habe auch... Komm, kein Problem. Ich habe hier auch ein Mercedes. Und jetzt ist es ein Audi. Ich habe ein Audi. Ich wurde voll ins Wasser geschleudert. Ich habe hier gesehen. Ja, das will ich jetzt sehen, wie du da jetzt weiterkommst, ha? Wo? Ja? Ähm... Ja? Ähm... Ja! Ähm... Ja! Hä? Wo bist du? Oh, fast. Fast hast du es geschafft. Mein Auto war zu langsam. Okay, dann. Nächstes random... Alter, jetzt kriege ich nur Boote, ne? Jetzt kriege ich hier nur Boote, Leute. Ich muss das Essen liefern, tschüss. So, ich glaube, ich so. Ja, ja. Ich sehe schon, was du davor hast. Ich sehe schon. Frischer Reis, frische Nudeln, alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Die Ete. Ey, das darf nicht wahr sein, Leute. Das ist ein Hindernis. Also brauchst du deinen frischen Nudeln, brauchst du gar nicht jetzt probieren. Klar. Komm, warte, ich komme jetzt hier gefahren. Neee. Oh nein, eigentlich wird untergegangen. Aber mein, das ist gar nicht so schnell irgendwie. Vollspeed! Uah! Komm, schwimm. 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 Was hast du denn da für einen alten Schmutz Bugatti? Alter. Der hat es gar nicht geschafft, Leute. Nee, der braucht voll langsam. Dann brauchst du echt ein Fahrzeug, wenn du hier noch im Wasser fahren kannst. Oh, ich habe einen schnellen Ferrari. Ich habe einen Großreifen. Oh. Okay, ich bin ausgewichen. Kein Problem. Nein! Ich lasse mich ins Wasser gehauen. Und. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Jetzt. Als ob du es hast. Oh mein Gott, Alter. Ich habe es gerade so geschafft, Leute. Was? Ey, okay. Und jetzt hier. Checkpoint habe ich jetzt hier bekommen. Auch für dich heißt es jetzt. Okay. Und hier müssen wir jetzt den Raw Ride schaffen. Oh mein Gott, First Try, Leute. First Try Raw Ride. Oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das tat gerade sehr doll weh. Das tat gerade sehr doll weh. So, ich mache den First Try natürlich. Oh mein Gott. Ja. Hast du es geschafft oder nicht? Ich sehe dich ja nirgendswo. Ich bin down gegangen. Ich bin ehrlich. Jetzt. Fahr hier. Den. Oh nein. Nein, 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 nein. Hey, wo bist du? Ey, ich schaffe es mit meinem Fahrzeug einfach nicht. Das ist unmöglich gerade irgendwie. Ich gebe auch schon mein Bestes, aber irgendwie klappt das nicht, Leute. Oh nein. Ich hatte einen Linksdreher. Ich bin vorne links gefahren. Ey, nein. Ich sehe. Alter, was? Okay, dann zeig mal, was du für ein Random Vehicle bekommst, Morkan. Hä? Ja gut. Oh nein. Ich habe einen Suzuki Swift. Einen Suzuki Swift. Und ich habe einen Ponte Swift. Mein Suzuki Swift, ne? Ich weiß nicht, ob der den Warlord schaffen kann, Leute. Ich bezweifle es irgendwie. Ne, meiner auch nicht. Oh mein Gott. Der schafft es. Guck mal. Mein Suzuki Swift. Ja, und meiner nicht. Oh, ich wurde gebremst. Aber mein Suzuki Swift fährt weiter. Mit voll. Ich gucke sie zu. Ich gucke sie zu. Suzuki Swift, komm schon. Suzuki Power. Pfeff. Okay. Ähm. Also ja. Der schafft leider nicht, Leute. Neues Fahrzeug. Ich kriege jetzt hier. Oh mein Gott, du hast ein krasses. Und ich kriege, komm schon. Das ist gar kein krasses. Audi A7, Bro. Jo, warum bin ich so schnell? Aber Alter, der ist echt voll schnell. Was geht denn ab? Ich weiß es nicht. Geht denn ab bei deinem Ding? Bitte. Oh, Walright geschafft. Oh mein Gott. Ich habe ihn nicht geschafft, mein Audi. Jetzt mache ich es kurz. Ich mache jetzt. Ich hole mir den Punkt hier nach Hause. Das will ich jetzt sehen. Du darfst nicht zu schnell fahren. Na, aber auch nicht zu langsam. Du bist viel zu langsam. Ja, aber das ist zwar für... Alter. Damit man weiß, wie es ist. Jetzt ist der Versuch nämlich. Okay. Ich muss ja wissen, also schon... Ich muss ja schon viel Gas geben. Ja, das will ich jetzt sehen, Leute. Oh. Hä? Mann, meiner ist hängen geblieben. Oh. Alter, das ist aber schlecht. Ich habe ein Problem. Ja, kein Problem jetzt hier. So. Ich habe jetzt hier ein richtig oldschool Auto. Und ich glaube, ne? Mit dem alten Wagen jetzt hier schaffe ich das easy. Guck mal, wie ich den Robert entlang gleite. So, kurz gebremst. Kein Problem. Ey. Du hast ein kaputtes Auto im Weg. Wie? Nein. Von wem ist das denn? Ich mach es mal kurz weg hier. Unglaublich, Leute. Und jetzt heißt es Gas geben. Gas geben. Ey. Oh nein. Ey, Bro, das ist nicht dein Ernst. Schaffst du es? Ich hab es. Nein, du hast es ehrlich geschafft. Ja. Oh Gott, ich muss es jetzt auch schnell schaffen. Komm. Komm schon. Ich warte hier mal gucken. Komm schon. Komm schon. Nein. Oh mein Gott, ich bin im Ziel. Ich bin im Ziel. Ey, okay. Das war knapp, aber. 2 zu 1 zu dich. Und jetzt kommt die allerentscheidende Runde, Leute. Bei der 1000-Dollar-Rampe. Angekommen. Bei der 1000-Dollar-Rampe, Leute. Haben wir hier auf jeden Fall einen richtig krassen Parcours vor uns jetzt hier, ne? Guckt euch das mal an, was uns hier alles bevorsteht. Mit diesen krassen Hindernissen hinten nochmal das da rumfahren, um in dem Endeffekt nachher hier oben einen U-Turn zu machen und hier ins Ziel reinzufahren, Leute. Das ist auf jeden Fall nicht für schwache Nerven hier. Alle jetzt bitte anschnallen, Popcorn in die Hand nehmen, weil wir machen jetzt hier den unglaublichen 1000-Euro-U-Turn-Rampen-Parcours. Und Möckern, guck dir das jetzt an. Ich gebe jetzt hier gerade Vollgas mit meinem krassen... Oh, du hast einen Lambo. Gini. Ey, was? Ey, was? Ich habe nicht so baden gegangen. Wie soll man das schaffen? Ich habe da hier vorne... Zeit fürs Ironman-Auto. Also es ist Zeit für ein Auto, was hier schnell ist. Ein Range Rover könnte schnell sein. Oh, ein Range Rover. Hast du auch einen? Ja. Oh mein Gott. Ey, wie soll man jetzt hier rüberkommen? Das schaffen wir ja gar nicht. Oh mein Gott. Bro, das war's. Tschüss. Okay, also meinen Range Rover kann ich auf jeden Fall auch vergessen, Leute. Der wird es niemals schaffen. Komm. Random vehicle. Ich brauche es hier... Nee. Nee. So. Ich schlecke hier kurz ein paar coole Leute ab. Uh. Okay. Der könnte es vielleicht sein. Nee. Das ist richtig langsam, ne? Oh, Pull. Also echt. Also echt. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Wir machen jetzt hier ne Autoschrott-Dings. Äh. Ja, also... Okay, damit kann ich es nochmal probieren jetzt hier. Oh mein Gott. So. Also das könnte vielleicht mit deinem klappen. Ich hoffe es. Aber auch nur ganz viel... Also echt. Der Ferrari ist da nicht mal bis zum zweiten gekommen. Okay, Leute. Ich glaube, hier hat jetzt jeder fünf Versuche, um ein Auto zu... Oh mein Gott. Ja. Ich bin... Bro. Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft für den Motor Truck. Wo bist du? Alter, was? Ich komme gerade. Warte. Machst du gerade wieder Ding, 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 Ding. Warte. Du siehst mich gleich. Ich bin gleich in deiner... Wie ist es da oben? Warte. Hey. Immer wieder Vorsicht geboten. Vorsicht geboten. Das ist ein Jetpack. Hier, du kannst weiterfahren. Du kannst weiterfahren, weil der nächste Checkpoint ist erst hinter der Lücke da. Hinter welcher Lücke? Ja, okay. Ja. Viel Erfolg. Ja, und du fliegst. Guck mal. Ja, das schaffe ich nicht. Guck. Zu wenig Gas. Okay. So, hier. Checkpoint, Leute. Das war vielleicht ein cooles Jetpack. Das war richtig cool. Uh. Die Corvette. Was kriegst du? Alter, die Sylvia. Das ist ein langweiliges Fahrzeug. Boom. So. Ähm. Ähm. Das hat er nicht gemacht. Das sind überall solche Jokes. Das sind solche Booster, Alter. Okay. Aber ich weiß, was man da machen muss. Ich weiß auch, was man da machen muss. Hehehe. Mach's gut, Murkan. Mach's gut. Hä, bist du schlecht. Wieso? Hä, ich dachte, wir müssen rückwärts fahren. Der nächste Checkpoint. Oh Gott. Das muss man jetzt auch irgendwie schwierig. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Gerade so. Und jetzt. Ey, was? Wie soll man denn das darüber schaffen? Okay, also. Das letzte Ding ist echt schwierig. Mal gar nicht. Wo bist du denn? Du bist da hinten? Ja, ich fahre jetzt gerade mein BMW. Voll Speed. Oh. Oh. Ah, okay. Okay, also. Wie er sich das ausgedacht hat, Leute. Keine Ahnung. Also. Musst du richtig schnell sein. Nee. Okay. Schaffst du also auch nicht. Wir brauchen, was brauchen wir für ein Auto? Bei dem Checkpoint. Alter, was hab ich denn bekommen, wenn es hier sind? Hier. Hä, bei welchem Checkpoint? Ach, da war ein Checkpoint. Ich hab den Checkpoint gar nicht gesehen. Du willst mit einem LKW versuchen. Okay, da kommt nicht mal die Rampe hoch. Okay, das heißt. Der, äh, wird, der ist es auf jeden Fall nicht, Leute. Vorsicht, ich hab Trevers Auto geklaut. Äh. Oh, ich hab, glaub ich. Ähm. Ja. Alter, was geht denn bei dem Truck ab? Oh, oh, oh. Was? Und. Komm schon. Speed. Oh. Speed. Oh, ja. Nee, also das schafft man auf jeden Fall nicht. Also ich schaff's auf jeden Fall nicht. Wie es bei dir aussieht. Uiuiui. Rübergeflogen, Alter. Oh. So, dann ran im Vehicle. Dann, ist das schnell? Nee. Okay, ich hab ein Motorrad. Einzige Möglichkeit, wie ich es schaffe mit Motorrad, ist zu fliegen. Oh nein, okay. Ich werde mein BMW nochmal machen. Das war zu schlecht. Dann zeig mal, wie es mit deinem BMW funktionieren soll. Ja, zeig ich dir jetzt. Komm mit. Ey. Oh mein Gott. Du lachst gerade. Du lachst auf deinem Minion-Fahrzeug. Das ist ein krasses Ding. Wow. Alter. Ja. Niemals. Gerade so. Gerade so, Leute. Was ist denn, hä? Ey, nein. Ey. Echt? Okay. Und Checkpoint. Okay. Das Minion-Fahrzeug war zu krass, leider. Aber wir haben hier einen neuen Checkpoint-Bulkan. Und hier... Oh. Lamborghini? Also, das ist ein Lambo. Hier sind doch locker wieder irgendwelche Speed-Teile versteckt, oder nicht? Nee, gerade nicht. Anscheinend nicht, ne? Na gut. Was ist das denn? Alter. Alter. Äh. Oh, oh. Das ist nicht ganz einfach jetzt hier. Äh, nicht. Nein. Ja. Diese Windräder. Achtung. Oh, nein. Mich hat's auch runtergehauen. Nein, Leute. Kurz vorm letzten. Oh. Was sind Autos? Ich muss schnell weg. Was sind Autos? Ich hab' im Gefühl, dasselbe Auto. Naja, ich hab' nur die GTA-Variante. Ich auch. Ne Coquette. Ja, ja, ja. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Ja, bei mir auch. Ja. Oh. Hau bloß ab. Bleib mir entfernt. Bitte, bitte. Oh mein Gott, ist mein Auto langsam. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Auto ist langsam. Ey. Ich hör' dich doch direkt hinter mir. Oh mein Gott. Nein. Neon, weil ich gegen dich gefahren bin. Du bist so. Ey, Mann. Das darf nicht wahr sein, Leute. Okay, komm, mein Vehikel. Oh, ich krieg' nen Zug, ey. Ich kann jetzt im Auto unter Wasser nicht aufsteigen. Nein, ich hab'n Fahrrad. Du schaff' es niemals. Ich werd' schneller sein. Mit meinem Fahrrad. Du, ich schaff' es niemals. Okay. Niemals wirst du mich einholen. Mein Fahrrad ist unbeschreiblich. Ja, das wurde früher zu dir auch gesagt, ne? Ja. Oh Gott, das wird ganz schön steil jetzt hier, ne? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oh, oi, oi. Alter. Aber sag' ich, Franklin, grad kräftig in die Pedale treten, Leute. Aber ganz kräftig. Oh nein. Oh nein. Ey. Das ist halt so schnell. Hey, wieso driftest du nach oben? Nein. Hä? Was ist gut? Ey, das gibt es nicht. Nein. Okay. Ist den vorbei? Oh, okay. Let's go. Das Fahrrad gewinnt. Als Hauptgedacht, dass du jetzt ein Fahrrad machst. Nein. Das Fahrrad gewinnt, Leute. Er gewinnt einfach gegen den Drift Lamborghini. Und ihr kurz ins Ziel. Easy peasy, Leute. Krass, krass, krass. Sehr gut. Das war so, dass wir auf einer krassen U-Turn-Map gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt mir auf ihr das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein bis morgen. Ciao, ciao.